Ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht von dem, was man hier sieht. Die Aussteller sind wieder zurück. Ich bin froh, dass wir endlich wieder live dabei sein können auf der weltgrößten Vermessermesse. Für mich, als ich Intergeo und Geodatentag seit 1991 oder 1992 in Hamburg bin, ist es ziemlich lange, ich bin bei Avery. Wir sehen wirklich Licht am Ende des Tunnels. Die Eindrücke sind sehr positiv. Wir haben endlich wieder unser Netzwerk. Für mich ist es ein Tens-Interview. Okay, es ist ein Anniversary. Die Stimmung ist positiv. Ich habe mit vielen sehr zufriedenen Ausstellern gesprochen. Der Blick geht nach vorne und das ist eigentlich das, was zählt, das Signal an die Branche. Wir sind noch da und es geht wieder aufwärts. Ich habe das wirklich missen, denn es war immer das Event im Jahr, wo wir Menschen mitbekommen, wir haben mit Menschen gesprochen, die wir meistens nicht im Jahr treffen. Wir hatten schon ziemlich gute Meetings, also wir hatten pre-arranged Meetings, das war großartig, aber wir hatten auch immer Traffic an der Branche. Es ist wie eine Familie, und wenn man die Familie nicht für eine Zeit sieht, ist es nicht so gut. Wir haben neue Technologien wie Machine Learning, wie Cloud Computing, aber auch Big Data Analytics. All the megatrends that we have, climate, health. Modernste Visualisierungsmethoden wie Augmented Reality, Virtual Reality oder auch Mixed Reality. All of them have geospatial data in mind and in their application and they have to be linked in order to get to the decision makers. Wir sehen definitiv viel mehr awareness, definitiv mehr über BIM, aber auch über digitisation in der construction sector als such. Das ist gut. Die Inspiration für ein smarterer Welt ist, sagen wir, dass wir die guidelineen für die nächsten Jahrzehnte. Das ist wirklich ein starkes Thema, das wir mit arbeiten müssen. Wir sehen auch, dass die Marken und die Supply-Chain jetzt die Kapazität in BIM starten zu entwickeln, die Kapazität zu deliveren, in BIM etc. Also, wir sehen mehr und mehr Menschen adoptieren neue Technologien und neue Prozesse. Inspiration bedeutet, dass wir eine Minderheit haben, um alle Dinge zu verstehen und zu tun. Und dann, natürlich, wir müssen uns über die smarterer Welt sprechen. Smartness ist Technologie. Wir sind für Innovation und der Innovation-Spirit ist tief in unsere Organisation. On the one hand, but it also affects our life in society, in public and professional life. As passionate as Heinrich Wild has been a hundred years ago, we're heading towards a more autonomous future. And what does it mean? We are really trying to utilize the data. And also, and that's personally, I think that's really important that we now see a wider adoption of digital technologies, not only in design and construction, but also now in operation and maintenance. So what we call the whole life cycle of an asset, that's now slowly starting to happen. So that's all the positive things that I'm seeing.